. Ein Stück Heimat findet Oliver Bosenik aber auch hier. Hi Tony, how are you? Nice to meet you. Zum Beispiel in Rothenburg. Heute trifft er in Tonys Zoo auf das Tier, das so typisch für Australien ist. Das Känguru. Beim Füttern, oder besser gesagt beim Versuch dazu, kommen beim 24-jährigen FCL-Spieler gerade wieder Erinnerungen auf. Als ich noch Kind war, war sie manchmal mit Eltern ausserhalb von Sydney in einem Park. Dort hatte es auch Kängur aus und ich habe sie dann immer gefüttert. Seit vier Wochen ist Oliver Bosenik jetzt im Team vom FC Luzern. Seine Rolle ist im Mittelfeld, aber auch bei den Standardsituationen setzt. Der Trainer Carlos Bernecker auf den Australier. Für Oliver Bosenik ist die Schweizer Liga neu. Es hat schon sehr gute Spiele in der Schweizer Liga. Ich kenne natürlich noch nicht alle unsere Gegner, aber es gibt schon Parallelen zu Australien. In der Schweiz sind Teams technisch sehr gut. Für mich ist das eine Herausforderung und ein weiterer Schritt vorwärts in meiner Karriere. Bei den Central Coast Mariners, einem Club in der Region Sydney, hat Oliver Bosenik in den letzten drei Saisons erfolgreich gespielt. Wie hier bei diesem Goal 2011. Den Frühling gibt es dann den grosse Meisterjubel sogar noch obendrauf. Dass er jetzt die Australische Liga verlässt und in der Zentralschweiz seine Goal schiessen. Daran war auch der ehemalige FCB-Spieler Scott Gieperfield beteiligt. Ja ja, er hat mitgemacht beim Transfer und das eine oder andere organisiert. Er war gut und hat mich unterstützt. Im Zoo kämpfte Oliver Bosenik immer noch mit dem Versuch, die berühmtesten Bewohnern von seinem Kontinent zu füttern. Eine schwierige Sache. Einfachere Stadtumstellung auf das Leben in der Schweiz gewesen. Es ist tiptop gelaufen. Ich habe mich schnell das Leben gewonnen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in meiner Karriere beim FC Luzern. und habe eine neue Herausforderung in meiner Fußballkarriere angefangen. Die Kängurus konnten übrigens bis zuletzt nicht viel anfangen mit dem Futter von Oliver Bosenik. Wenigstens waren dort Mantelaffen im gleichen Keg zutraulicher und haben ihm all seine Futter vor. Leer gegessen. Die Kängurus